Das zweite Mal Olympia. Was ist diesmal anders als beim letzten Mal? Ich denke, jetzt haben wir ganz andere Voraussetzungen. Die Schlitten sollten dieses Jahr laufen und wir können eigentlich erst mal ganz entspannt morgen da anreisen und machen dann unser Ding. Wann sind Sotschi nur die Schlitten? Ja, es spielt natürlich alles wahrscheinlich dann eine Rolle. Wenn man am letzten Königssee-Weltcup dort vor den Spielen so abgeschlachtet wird, in Anführungszeichen, dann geht man natürlich schon ganz anders an die Spiele ran und dann wird das eine oder andere Hundertstel natürlich auch in den Start oder in den Fahrten liegen. Aber ich denke, es war schon ein großer Anteil lag an den Schlitten und man hat ja auch gesehen, dass wir unten raus immer weiter zurückgefallen sind. Und ich gehe eigentlich sehr optimistisch rein und denke, das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Die Saison lässt einiges hoffen. Was wäre ein gutes Ergebnis? Und wo würdest du sagen, holt mich lieber nicht anschließend vom Flughafen ab? Naja, bei uns hat so der richtige Sieg so hat dieses Jahr eigentlich immer gefehlt. Wir waren immer Zweiter, Dritter, waren zweimal oben im Zweier, aber das Jahr davor waren wir fünfmal im Zweier ganz oben. Also es ist schon ein bisschen verrückt. Die anderen sind alle richtig gut dieses Jahr, aber zum Höhepunkt, denke ich, können wir uns nochmal ein bisschen steigern. Und da hoffen wir, dass wir auf jeden Fall mit einer Medaille nach Hause kommen, am besten mit Zweien. Und dann schauen wir mal, welche Farbe die haben wir im Endeffekt. Wer wird die größte Konkurrenz sein? Oh, das ist bei uns ganz schwer. Es gibt so viele Gute dieses Jahr. Im Zweier gibt es schon mindestens eine Handvoll. Und im Vierer muss man schon fast sagen, dass es zwei Hände voll sind, weil im Vierer ist es so eng und da starten alle so nah beieinander. Und da ist auch die Materialgeschichte nicht so auswirkend wie im Zweier. Und deswegen denke ich, kann man so viele Namen nennen, die, ja, so lang ist dein Film auf der Kamera heute gar nicht. Gribbelt schon? Ne, bis jetzt noch nicht. Morgen ist Anreise, denke ich mal. Dann kommt so das erste olympische Gefühl auf, sage ich jetzt einfach. Und dann wird sich das von Tag zu Tag steigern. Und ich denke, wir sind, wie gesagt, gut vorbereitet und wir können ganz entspannt da bis zu dem Wettkampf hinarbeiten. Alles Gute. Danke.